willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten ja luftangriffe gehen immer so steht es zumindest im titel aber ich habe eben mit dem chefkoch noch einen angriff gemacht beziehungsweise das ist so ein bisschen immer meine notfallarmee wenn ich so gar nicht weiß was ich machen soll drei golem ganz ganz viele hexen und zwei magier zwei sprung zwei wo und dann geht das hier durch die ratos 9 base durch mit den boland in der clanburg ich glaube die waren auch max hier beim clanspätze 2 also erstmal so ein bisschen zum aufwärmen ich meine der angriff geht jetzt nur zwei minuten das können wir gerade noch so über uns ergehen lassen und zweiter sprung geht auch in die nächsten compartments rein hätte vielleicht noch ein bisschen richtung clarenburg gehen können da ist auch immer in der in der hitze oder in der hetze des gefechts setzte den dann auch schon mal so ein feld daneben aber ich glaube das hat noch gereicht und das hat auch noch gepasst also wie gesagt das ist so ein bisschen meine notfallarmee hier das ist nicht schick das ist einfach nur spam aber es funktioniert und was soll ich sagen der chefkoch ist ja auch schon ein kleines stück weiter was ratos 9 betrifft und wir wollen ja heute ein bisschen ratos 9 live machen und zwar ohne luftangriffe zwei armeen habe ich da für euch vorbereitet denn auch in meinem bereich wo der tote so rum spielt so noch nicht ganz zwanziger helden geht da schon ganz gut was mit luft ich bin mit dem anderen mit dem mit dem zwei socken er so ein bisschen mit schweinereitern unterwegs er hat noch nicht so starke helden und muss sie immer noch mit machtränken pimpen also sowohl truppen als auch helden das gelingt man auch ganz gut aber hier glaube ich gegen so max bases ist glaube ich ist glaube ich die truppe ganz gut ich fand das eigentlich jetzt in ordnung und das war auf jeden fall der fläche dritte stern beziehungsweise ne hier war ein stern drauf ich habe die letzten beiden die noch rausgeholt und der ck ist ja auch noch nicht vorbei also es geht noch ein paar sekunden ich habe jetzt auch noch mal ein paar bowler bekommen aber ich springe jetzt trotzdem auf den anderen ratos 9 also der chefkoch hier dümpelt vor sich hin macht seine ck stände das solltet ihr auch mal im ratos 9 bereich aber gleich noch mal ein bisschen mehr dazu also springen erstmal auf den toto ok hier sind wir auf dem anderen ratos 9 und hier wollen wir auch heute ja jetzt wollen wir tatsächlich mit luft angreifen ich habe zwei armeen für euch vorbereitet das muss jetzt nicht unbedingt eine taktik folge sein aber ich finde das kann man sich immer mal wieder ins gedächtnis rufen solche truppen oder armee also ihr seht ihr das ist eigentlich so ein ich nenne es mal ein fast lupenreiber ein reiner gola lohn also ich habe ein golem ich habe viele lava hunde nämlich zwei und ich habe 17 lohn und ich habe jetzt hier bowler in der clan book denn ich will so ein bisschen mit dem ja mit dem sogenannten kill squad relativ weit in die base kommen und der ein oder andere hat sich schon mal in den live stream gefahren toto warum hast du die x bögen nicht ja die mache ich erst einmal dann auf level 3 wenn ein held von mir mindestens level 20 ist in meinen rathaus 9er dörfern und leute rathaus 9 ist nach wie vor echt ein hammer 50 helden level zu zu leveln das ist sonne standzeit kein anderes rathaus hat von level zu level so viel level zu machen an helden wie in rathaus 9 aber ich habe gesehen ich kann die queen eigentlich noch mal hoch bringen ich habe zwar noch keine 85.000 aber wir können mal schauen wie viel mir eigentlich nur noch fehlen 13.307 fehlen mir noch braucht man einfach nur mal aufgehen dann ist das quasi der rechner hier man muss also jetzt nicht großartig umrechnen und ich habe gesehen ich glaube ich bekomme im pass noch mal 12.000 schon mal dazu die gibt es nämlich bei bei einigen klatspiel punkten nach nicht klatspiel punkten bei einigen pass punkten und 84 kostet 85 herr sauber kostet 85 super ich freue mich aber ich habe noch ein bisschen in meiner kleinen klaren book drin 85.000 jawohl das coole ist wir nehmen die jetzt erst mal denn ich habe ein heldenbuch ich habe mir heldenbuch damit nehmen wir die auf 19 und ich glaube ich habe ein hammer ich glaube ich habe mal ach nicht scheiße ich habe kein hammer aber ich kann mir noch ein hammer leisten einen einzigen hammer kann ich mir noch mal leisten 165 damit bringen wir die auf sehr cool auf level 20 und damit habe ich jetzt ein helden auf level 20 und wir nehmen den gegenüberliegenden x bogen und bringen den jetzt endlich auf level 3 sechs tage zwölf stunden aber lange rede kurzer sind wir wollen natürlich jetzt auch angreifen ihr seht hier ist sowieso alle schon down ich habe nämlich einen only ich ck gespielt ihr seht hier die accounts alex toto zwei socken und frei sind meine und da habe ich gedacht ich packe die mal zusammen und ich rufe die mal zusammen zu den klanspielen ich verteile die dann wieder also hier in deutschland könnt ihr auch wieder klatspiele spielen ich glaube ich habe den clan auch schon mehr oder weniger aufgemacht in white only also er ist wieder offen für klanspiele ck und natürlich später für liga das müssen wir ein bisschen besser planen aber wenn ihr wieder klatspiele spielen wollt und neben den klanspielen ein bisschen ck mit mir dann kommt ihr ruhig wieder rein das ding hier ist auf für 1200 pokale und go da machen wir hier ein bisschen was und ihr seht hier sind zwar jetzt schon überall drei sterne drauf das macht aber nichts das hat er zwei socken hier schon erledigt allerdings nicht mit lufttruppen sondern mit er truppen nämlich mit hox und er hat auch gepimpt helden das heißt ich habe mit dem zwei socken er ist eine sechser queen und ich glaube zehner könig die habe ich dann mit den machtränken hochgebracht das brauche ich jetzt mit diesem account nicht ich muss mal gerade sehen welche armee ich für welches dorf habe okay ich habe jetzt gerade für das andere dorf fertig mal sehen ob das funktioniert es ist nicht so stark aber die luftabwehr ist schon sehr sehr stark das was eigentlich mein ziel ist was eigentlich immer mein ziel ist ist eigentlich die queen hier zu schaffen dann den feger hier zu packen vielleicht noch eine luftabwehr die hier hinten wäre ein bisschen kritischer da die sich überschneiden das heißt also beide luftabwehren schießen später auf meine hunde das könnte ein kleiner kritischer punkt sein danach es muss erst mal dieser feger weg sein bevor ich jetzt hier hinten dann dann nun schicke die dann hier rauf gehen und auch ein hund schicke müssen wir mal sehen wir was machen aber ich würde sagen wir gehen einfach mal in die attacke rein und gucken dass wir die mit luft schaffen okay wir gucken mal wie weit wir in die base kommen mit unserem kill squad also ich habe dabei ein paar magier je höher meine helden übrigens werden desto weniger magier nehme ich mit das ist auch manchmal ganz witzig so und jetzt kommen wir zum eigentlichen punkt ja wie gesagt ich habe wohl an der klaren burg ich möchte möglichst die queen erreichen den feger erreichen und die bauhütte hier ich glaube hier hinten ich bin mir nicht mehr ganz sicher hatte er einen troll tesla da hat er ein troll tesla da habt ihr jetzt gerade gesehen da reicht euch ein lohn da reicht ein lohn ja da reicht ein lohn den können wir hier ruhig verschwenden unserem golem hier mit rein geschickt und dann gucken wir mal dass wir hier ganz nett in die base reinkommen mal sehen die der minenwerfer muss jetzt noch einmal feuern das wäre ganz schick da hat er gefeuert und dann nehmen wir hier unseren sprung der sprung hätte noch weiter der sprung hätte weitergehen können helden hier mit rein oh nein die helden rennen darum das ist aber nicht so schlimm okay doch die helden gehen doch ein das aber nicht so schlimm denn der kollege hier hat hat glaube ich fußtruppen in der klaren burg oder hat er gar nichts in der klaren burg oder haben wir die jetzt schon weg gemacht die klaren burg weiß ich gar nicht der hat die hatten eigentlich immer einen pecker in der klaren burg okay dann müssen wir jetzt hier jetzt reinkommen mit unseren lufttruppen und ein hund dort dann nehmen wir hier die rest die nächsten lufttruppen so einmal dort und wir nehmen sie dort hier vorne ist eine tesla farm das weiß ich das aber nicht so schlimm da können wir da können wir einmal den gut nehmen hier so einmal die genommen hier und klar ich wusste natürlich jetzt so ein bisschen was was sie auf mich zukommt allerdings müssen müssen alle müssen die luft abwehren alle geschafft werden jetzt brauchte ich den gift gar nicht brauchte gar nicht den gift zauber okay ich brauchte den gift zauber nicht und ich brauchte auch den rest nicht der hat jetzt kein troll tesla mehr klar ich kannte die base natürlich wusste jetzt wo was steht aber ich kann mich daran erinnern dass er eigentlich ein pecker in der klaren burg hatte deswegen hatte ich gedacht dass ich die wenigstens weggiffen muss aber egal jetzt habe ich den gift gleich noch den max gift für für die klaren burg und hier kann ich hier kann ich ein gift verwenden von meinen okay denn ich brauche gleich nur diesen eigenen gift mit der armee die ich jetzt gleich für euch vorbereitet habe also auch den hätte ich geschafft hier 45 sekunden das ganz locker naja ich hole mir hier jetzt keine sterne aber ich hole mir noch wenig wenigstens so ein bisschen den bonus auf die nummer zwei und auf die nummer drei denn die nummer eins hat der alex gemacht und ich glaube wir haben den klarkig auch schon gewonnen ich weiß nicht ob ihr das so anfang gesehen habt denn wir haben hier 14 sterne und ich habe den mit dem alex auf 84 prozent gebracht er der gegenüberliegende erste hat den alex nur auf 76 prozent gebracht der zweite hat hier beim toto geschwächelt und zwei socken die base tausche ich aus die war so schlecht die anderen beiden sind noch gar nicht angegriffen worden mit dem frei habe ich glaube ich nur gelockt und der bänder hatte die fünf und die vier gemacht aber ich will ich wollte heute abend so ein bisschen auf dem account bleiben deswegen use ich einmal hier einen trank das mache ich dann meistens so wenn ich so ein bisschen auf die akka auf den accounts bleibe um so ein bisschen was billiges hier zu trainieren ich würde sagen wir nehmen diese armee hier mal mit so ist das glaube ich ganz gut fordern noch mal ein paar bola nee gar nicht gar nicht bola sondern wir nehmen jetzt loons mit loons brauchen wir loons und gift den gift haben wir ja schon und die loons lasse ich mir eben vom alex spenden also machen wir einen kurzen cut dann machen wir mit der armee hier weiter die ich jetzt am start habe ihr seht das könnt ihr euch auch wegschreiben ist wirklich gut aber es erfordert ein wenig training gegen die base gegen die ich jetzt gleich ankämpfe vielleicht nicht weiß ich noch nicht kann ich schlecht abschätzen manchmal und aber vier heiler zwei lava hunde sieben minions ein magier nur neun mauerbrecher damit die tief in die base reinkomme und drei von den bogenschützen man kann das ganze auch ein bisschen anders kombinieren indem man nur zwei gut nimmt einen sprung nimmt um noch tiefer in die base zu kommen dann nimmst du halt ein paar mauerbrecher weniger und vielleicht magier mehr oder ein zwei magier mehr das ist immer sehr sehr unterschiedlich weil ihr werdet ja gleich die base sehen und da machen wir hier in ein paar minuten nämlich in zwei minuten den anderen angriff also ganz ganz kurzer cut und dann geht es hier weiter okay freunde wir sind soweit wir haben die loons wir haben unsere helden also go auf die nummer welche nummer habe ich denn eben gemacht ich habe eben die nummer drei gemacht also muss ich jetzt die nummer zwei machen okay jetzt muss die nummer zwei machen da war ich schon wieder ganz durch den wind also ihr kennt diese base hier ist ja so eine kleine typische farm base und was wollen wir wieder schaffen ganz ganz einfach wir nehmen die wikinger queen hier wir nehmen den fehler vielleicht noch die ein oder andere luftabwehr gucken wir mal wie uns das gelingt hier hier außen könnte ich eigentlich schon mal da könnte ich schon fast einen loon setzen allerdings wird er da ein bisschen beschützt aber wir gucken wir gehen einfach mal rein und wenn das jetzt auch ein nullständer wird auch das wäre mir jetzt egal denn wir haben den klankrieg würde ich mal so sagen wir haben den klankrieg schon ganz gut gewonnen und mal sehen ob wir hier eine schwarze mine treffen das sieht aber nicht nicht so aus und dann können wir die hier nehmen jetzt muss ich mal eben schauen wie wir noch so ein bisschen was weg machen das wird gar nicht mal so einfach vor allen dingen bis dort etwas schießt ok oder schießt schon mal eine queen hier das nicht schlecht und das kriegt meine queen aber gerade so hin und die mauerbrecher gehen auch ganz gut durch wir nehmen hier einmal unseren king und nehmen glaube ich jetzt schießt er auch die kanone das ganz gut und können jetzt hier ja ich fandet hier erstmal mit dem king weiter vielleicht lockt er mir die klaren book oder so denn der ist mir jetzt nicht ganz so wichtig viel wichtiger sind mir mauerbrecher die hier noch tiefer in die base reingehen aber die gehen da hinten in die base rein ok weil da nichts mehr hinter dem hinter dem gebäude war beziehungsweise hinter der mauer war jetzt müsste aber irgendwann mal meine klaren oder die klaren book des gegners kommt guck mal fege haben wir schon mal die wien aber auch schon geschafft wunderbar so geht das hier schon mal ganz gut los ich gucke mal hier geradeaus nach hier ist noch eine bauhütte und hier hinten auch die der baum mit nicht das war hier in ein zeit feld rennen und er sagt mal wo bleibt denn hier die klaren burg das gibt es noch nicht da kommt jetzt endlich da kommt jetzt endlich die klaren book auf mich zu ok die müssen wir ja wir müssen eigentlich nur dem mager schaffen den pecker brauchen wir nicht so wo ist der feger der feger ist dort das heißt also wir gehen hier mit unseren lohn rein und auch mit unseren helden beziehungsweise mit unseren mit unseren lava hunden hier hinten in die base rein 123 nicht an clean up immer an clean up denken auch nein die gehen nach das steht steht das ist doof dass die nach da gehen da muss ich hier einmal den hier schicken komm 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 mach mal noch ein bisschen weiter da ihr müsst ihr hin ja dankeschön der feger schubst mich da sogar hin okay aber ich glaube das wird in der nullnummer leute denn die ich habe keine ich habe jetzt keine felten hinter klar in der ich habe ich habe keine welt mehr in der base die wenn wir jetzt alles kaputt knabbern hier und die eine luftabwehr hat vor allen dingen überlebt wieso überlebt eine luftabwehr die waren alle irgendwie in der mitte und x bogen steht vor allen auf boden aber ich habe nicht einen einzigen welpen hier in der mitte okay dann bleibt das hier halten ein stern aber so geht es so kann man es machen was wo war jetzt eigentlich mein fehler ich weiß gar nicht wo mein fehler war die queen ich glaube die queen hatte ich ein bisschen zu früh gezündet die hätte ich eher ragen sollen 79 prozent gehört dazu ich wollte jetzt gerade sagen wir tun mal so als wir es in drei sternen aber wir haben die besser in drei sternen geschafft und ich wollte mir nur den bonus abholen der ist ganz gut mit 5000 dunklen die armee quicken wir train mal eben nach 1249 ist nicht so teuer und können hier in jedem fall im klaren deutschland hat noch ein bisschen weitermachen also die folge hätte auch heißen können klarkrieg mit mir selber denn alex toto 2 sagen frei sind meine accounts hier und wenn er dann kumpel account und so kann man es eigentlich machen last but not least wollte ich noch drauf zu sprechen kommen dass demnächst ja sind die klaren spiele also kommt hier ruhig rein wenn ihr wieder klaren spiele wollt wenn ihr schon wissen wollt da dürfte jetzt nicht hingucken was es denn hier gibt in den klaren spielen es gibt hier schon rewards die geleakt wurden ich will sie jetzt mal nicht leaken dann müsst ihr den client auf englisch stellen dann könnt ihr das sehen was es denn so gibt also lasst euch überraschen ich hoffe die folge hat euch gefallen ja dann lasst mir jetzt am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und die glocke stellen damit ihr kein video mehr von mir verpasst und bis dahin würde ich sagen